Like dieses Video und abonniere meinen Kanal in den nächsten 5 Sekunden, wenn du einen No-Skin beschützen würdest. Und benutze meinen Greater Code Flakes im Item Shop. Kuss! Yo Leute! Was geht? Flakes hier. Heute werde ich wieder als No-Skin Random Squad zocken, weil ihr mir gesagt habt, mach mal nicht Random Duos, mach mal Random Squats. Und guck mal, was du da für Leute findest, ob die dich als No-Skin mobben oder dich als No-Skin verehren. Vielleicht kennen die dich ja sogar, wer weiß, wer weiß. Und darauf bin ich auch echt gespannt, Leute. Wir werden jetzt sehen, was wir da für Leute finden. Droppt auf jeden Fall ein Like und ein Abo, wird mich extrem freuen. Und ihr wisst, ich werde bald meinen eigenen No-Skin Clan gründen. Seid gespannt, Leute. Ihr seid die beste Community auf YouTube. Ich liebe euch alle. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Und Leute, ich habe auch Instagram. Da könnt ihr gerne mit mir schreiben, wenn ihr mir folgt. Also folgt mir gerne auf Instagram. Hier seht ihr auch den Namen eingeblendet. Und dann würde ich sagen, kommentiert noch euren Epic Games Namen, weil ich brauche noch Leute für ein Video. Kuss geht raus an jeden von euch. Und wir starten mit dem Video. Go! Hallo? Hallo? Hallo, where are you from? Ich bin von Germany. Germany? Äh, ich bin auch deutsch. Seid ihr alle von? Also seid ihr alle deutsch? Ja. Ja. Okay, nice. Seid ihr alles Mädchen? Ja. Ja. Oh, seid ihr Freundinnen oder was? Wartet mal, wartet mal. Bevor wir reden, geht mal alle. Sollen wir hier landen? Da ist eigentlich ganz nice. Oder da sind viele Häuser und so. Okay. Okay, easy going. Let's go, let's go. Seid ihr Freundinnen und habt random Squad, damit ihr noch jemand dazu findet, irgendwie, dass ihr zu viert seid? Ah, Ehre. Ich bin halt leider kein Mädchen, aber egal. Ist doch egal. Ich bin auch ganz gut eigentlich. Ja, easy zockt ja oft zu dritt. Oder wie macht ihr das immer? Mhm. Ah, nice, nice. Nein, also nicht. Jetzt hat du aufgesagt, oder? Na ja, halt. Ja, aber nice, nice. Dann würde ich sagen, wir holen uns den Sieg, oder nicht? Mhm. Ja, Ehre, Ehre, Ehre. Ich hatte in dieser Season noch gar keinen Sieg. Noch gar keinen Sieg? Diese Season? Okay, dann müssen wir unbedingt einen Sieg holen jetzt hier. Okay, okay? Ja. Okay, Ehre, Ehre, Ehre. Also ich hatte, glaube ich, nur zwei Siege. Oha, okay. Ich drei oder so. Ich hatte, glaube ich, schon einige. Ich habe nicht mal den Siegesgleiter. Oha, vielleicht kriegen wir denn ja heute. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, ihr habt coole Skin. Oh, hi. Ah, ja. Hi. So, also jetzt muss ich hier erstmal looten. YouTube Flakes? Bist du nicht Flakes? Also du kommst da eine Stimme so bekannt vor. Hä, wie meinst du? Äh, und allgemein auch am NoSkin. Ich kenn dich irgendwie, ja. Ich guck auch, wo ist ein Steve. Warte mal. Oh mein Gott, du bist es wirklich. Du bist Flakes. Oh mein Gott. Hä, was denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä, was denn, was denn, was denn? Du bist Flakes, ich kenn dich. Nein, als ob ihr mich kennt. Nein, ich wollte... Nein, 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 nein. Doch, man kennt dich. Oh mein Gott, ich bin kein Flakes. Ich bin nicht Flakes. Ich bin nicht Flakes. Ich versuche, du gebt, deine Videos zu liken auf YouTube. Nein, 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 ich bin nicht Flakes. Ihr verwechselt mich, glaube ich. Ihr verwechselt mich. Ich habe in ein paar Minuten auch noch ein Video von dir angeguckt. Das ist dein Name. Ich kenn dich. Hä? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Das erste Mal, dass ich welche erkenne hier. Hä, von wo kennt ihr mich? Ja, oh mein Gott. Ja, YouTube. Von YouTube. Hä, echt jetzt? Also, ich habe dich von TikTok kennengelernt, aber bin gleich auf YouTube gegangen. Ich habe TikTok auf For You von dir gesehen. Achso, du hast einen TikTok von mir gesehen? Ja. Ich auch. Ah, nice, nice. Ich folge die YouTube, TikTok und Insta. Oh mein Gott. Oh, ehre, ey. Komisch, dass sie mich auch Mädchen verfolgen, hä? Oh mein Gott. Ja, Ehrenfrauen, muss ich da jetzt sagen. Nicht Ehrenmänner, sondern Ehrenfrauen. Ja, Kuss geht raus. Oh mein Gott. Ja, äh. Oh mein Gott. Alter, wie nice. Aber ihr habt nichts gegen Nosekins, oder? Nein. Alter, ich habe noch nie Nosekins gekauft. Warte, warte, warte. Nosekins wirst du auch nicht machen. Kommt mal zu mir hier. Ich wurde als Nosekins mal gemobbt, aber... Manchmal sage ich sogar, Nosekins sind OG, weil die halt noch nie im Shop waren. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ihr, ähm, ihr, wie soll ich sagen, ihr mobbt jetzt wirklich keine Nosekins. Weil ich, 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 guck mal, ich kenne viele... Guck mal, guck mal, hört mal zu. Hört mal zu. Ich spiele immer mit Nosekins und versuche, die zu beschützen. Okay. Aber... Das ist ein Zwerg. Aber schaffe ich halt nie. Aber guck mal, hört mal zu, hört mal zu. Also schaffe ich halt nie so gut. Ähm, ich, ich kenne halt viele, die mich halt durch YouTube kennen. Und nur weil die mich durch YouTube kennen, sagen die dann, ja, Nosekins sind die Besten und wir lieben Nosekins. Obwohl die dann, äh, dann, wenn ich wieder weg bin, irgendwie Nosekins mobben oder so. Ihr seid nicht so, oder? Nein, nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe, die meisten Freunde, die ich habe, sind meistens Nosekins. Okay, aber dann seid ihr ja richtig ehrenvoll. Aber ihr wisst, dass ich nicht wirklich ein Nosekin bin, sondern einfach nur so als Nosekin verkleidet bin, weil, äh, weil ich Nosekins beschütze. Weil viele meiner Zuschauer, die sind Nosekin, können sich das nicht leisten und werden dann irgendwie gemobbt in der Schule oder sonst was. Und sowas kann man einfach nicht unterstützen. Boah, das kenne ich, das kenne ich. Vor allem, das ist ein Video mit der einen, wo sie dir einen Skin schenken wollen. Ich habe da gesagt, ja komm, lad dir Fortnite runter, ist ganz geil. Ich habe eine Xbox zum Geburtstag bekommen. Lad mir Fortnite runter, die wollen mit mir nicht spielen, weil ich Nosekin bin. Oha, nicht dein Ernst. Vor allem, das ist geil, ich habe heute Geburtstag. Das ist das geilste Geburtstagsgeschenk. Du hast heute Geburtstag? Oh mein Gott, ja, ich habe heute Geburtstag. Wer, wer, wer hat Geburtstag? Lachgummi. Nee, Einhorn 16 oder 17. Oh, Einhorn, dein Mikro ist auch ein bisschen, ein bisschen, es stottert dein Mikro, aber. Meine Geschwister haben manchmal doch mit mir gespielt, aber meistens wollten sie nicht mit mir, wollten sie meistens mit mir eins gegen eins. Ah, okay. Aber Einhorn, warte mal, du hast echt Geburtstag? Wie alt bist du geworden? Ich habe heute Geburtstag, äh, 13. Du bist 13 geworden? Komm, wir machen so, wir machen so. Ich schenke dir einfach zum Geburtstag ein Skin, wir müssen aber erst zwei Tage befreundet sein. Hättest du da Lust drauf? Auch wenn irgendwas nicht Gutes im Shop ist, auch wenn nichts Gutes im Shop ist, du kannst dir irgendeinen Shop aussuchen, okay? Als Geburtstagsgeschenk. Ja, ja, gönne ich mir, gönne ich mir, so. Oh mein Gott. Oder gönn du ihn dir. Hat doch niemanden Minus? Ich kann meinen Kontrollen nicht machen, ich halte mich nicht so zöder. Wir müssen jetzt aber in die Zone, wir müssen in die Zone, let's go, let's go. Also ich zwar nicht, aber ich fang gleich an zu heulen. Ach was, auf dich nicht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin, ich bin ein Nosekin-Beschützer. Du bist der beste Mensch, oh mein Gott. Ich finde, du bist der beste Nosekin ever. Ähm, ist das, äh, nur so eine Frage. Ist das okay, wenn ich ein Video aufnehme, gerade? Klar, klar. Oh mein Gott, ja. Klar. Ist das okay? Das Einzige, was ich halt nicht darf, ist ja mein Gesicht zeigen. Ja, aber, äh, ne, ne, mein Gesicht kenne ich ja gar nicht. Wir reden ja nur in Game of the World. Weiß, das findet niemand schlimm. Nö, nö, also. Ich guck das Video direkt an, wenn's hochläuft. Also, wenn meine Community, äh, meine Community mag jeden. Also, wir sind die krasseste Community hier auf YouTube. Also, jeder mag hier jeden. Wenn ihr in meiner Nosekin-Army seid, dann mag euch jeder. Glaubt mir. Oh mein Gott. Shit, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir müssen in die Zone. Let's go, let's go, let's go. So, und was auch jetzt relativ nice wäre, äh, wenn wir den, äh, wenn wir den, äh, Sieg holen würden. Oh mein Gott, das wäre so Erde. Oh mein Gott. Let's go. Oh, dann müssen wir uns aber ein bisschen anstrengen und die Nosekin-Army hier ein bisschen verteidigen. So, weil die meisten, jetzt bin ich als Nosekin verkleidet und dann denkt jeder, oh, das ist ein Nosekin, komm, lass den pushen, weil der ist so schlecht und so. Easy. Ja, eben. Aber ihr müsst mich beschützen, okay? Ihr seid auch Nosekin-Beschützer? Ihr seid keine Nosekin-Mobber? Ja, auf jeden Fall. Ehre, 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 let's go, let's go, let's go. Nein, wir sind keine Nosekin-Mobber. Ich weiß gar nicht, warum man die mobbt. Ja, eben. Nur vielleicht, weil sie jetzt keinen Skin haben oder so, heißt das nicht, dass sie gleich schlecht sind. Nur die meisten können sich das halt nicht leisten. Ich war auch mal... Und manche sind sogar besser. Eben. Ja, ja. Stimmt, stimmt, da habt ihr recht. Die meisten haben Bock im Sinn und sind dann voll gut. Ja, das stimmt. Also manche, die können sich den Skin nicht leisten. Das ist, was ich komisch finde. Ja? Ja, was ist das? Meinen ersten Skin habe ich durch Rette die Welt bekommen und habe für Rette die Welt kein Geld bezahlt. Ja, guck mal. Und das ist dann sozusagen auch so ein Nosekin, weil du dafür kein Geld gezahlt hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, nice. Ich glaube, das war einfach nur ein Bug. Also, es leben noch 26 Leute. Wir müssen uns anstrengen. Die Nosekin-Army verteidigen und let's go. Äh, auf, auf. Hier ist noch ein Bug. Oh, Ehre. Guckt mal, Leute. Guckt mal, da kommt sogar ein Bug angeflogen für die Nosekins. Ja. Let's go. Hat jemand für mich auch noch Minis oder so? Oh, ich habe leider nur zwei Flopper. Alter, ihr seid schon süß so. Ihr teilt euch alles. Ihr seid coole Freundinnen und ihr gehört zu meiner Community und beschützt Nosekin. Also, wie krass ist das denn? Also, ich wollte eigentlich... Ja, ich bin ja ein Nosekin. Das Ding ist, ich wollte gerade ein Video aufnehmen. Also, ich finde es so manchmal gar nicht schlimm, Nosekin zu sein. Ja, ist so. Also, guck mal, hier habe ich einen Wiggy. Nee, manchmal auch nur Spaß Nosekin. Ja, das ist gerade... Und das Ding ist, das Ding ist, ähm, ich gehe eigentlich immer in Random Squad und Random Duos rein, weil ich immer irgendwie Mobber finden will und die dann halt, äh, Hops nehmen will. Aber... Flex? Diesmal... Ja, ich finde es einfach ehrenhaft, wie du die auseinander nimmst dann mit deinem Renegade Raider. Ja, klar, so muss es sein. Ich finde dich, äh, ich finde dich komplett als Vorbild, weil du beschützt auch Nosekins und... Ja. Äh, ja. Ja, Ehre, 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 Ehre. Vor allem das Beste ist, vor allem, wisst ihr, was ich schlimm finde? Für mich wäre der Altraum, ich komme in eine Lobby, wo noch Nosekin ist, versuche den zu beschüttern, dann mobben sie mich, weil ich vielleicht nicht, weil ich vielleicht kein OG-Skin habe oder so. Ja, das ist... Das wäre für mich dann der Altraum. Und ich finde, das ist, jeder Mensch ist sozusagen gleich jetzt, das ist genau wie in Fortnite. Wir sind ja alle gleich so, nur weil ich jetzt keinen Skin habe, ich bin ja, ich kann ja trotzdem bauen, ich habe ja keine Einschränkungen oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, gleich wie die, wo, äh, mit Rassismus. Das ist auch... Genau, das ist alles nicht gut. Das ist ganz das Gleiche. Das ist gar nichts Gutes alles. Ich habe als Profilbild in TikTok Black Lives Matter. Genau so, das ist richtig so. Und genau so ist es gegen Mobbing. Also man muss unbedingt gegen Mobbing sein, weil wer nicht gegen Mobbing ist, ist einfach ehrenlos, weil was da für Sachen passieren auf der Welt, ist echt nicht gut. Aber wir sind ja jetzt in Fortnite, wir dürfen nicht zu viel abschweifen. Ich habe jemanden gespielt und der hat einfach, und der dachte einfach, er wäre besser und hat sich gefreut, weil er mich auch mal weggeflext hat, aber ich habe ihn dreimal weggeflext. Ja, Ehre, so muss es sein. Er meinte dann, dass er besser wäre. Ehre, Ehre, Ehre. So. Vor allem die No-Skin-Mobbing, die sind einfach nur scheiße und ehrenlos. Ja, das ist echt so. Ja, finde ich auch echt zu sein. Das Ding ist, ganz kurz an meine No-Skin-Army, an die Mädels hier. Ich habe leider ein bisschen Lags hier. Mein Internet ist ein bisschen weg. Aber ihr müsst mich dann einfach beschützen, wenn Gegner kommen und ich kann nicht gut fighten, weil das so ein bisschen lag. Ihr seid ja hier hinter meinem Rücken so perfekt. Wir haben gerade eben aus einer normalen Küste eine goldene Scar bekommen. Oh, nice, nice, nice. Dann lasst mal zu Gegnern gehen. Ich habe ja schon eine goldene Waffe. Alter, dass ihr euch alles teilt, ist ja krank. Dann lasst mal hier in Richtung Mitte gehen. Mein Korn, dein Körper zittert. Ach was, ihr braucht doch nicht zittern, Mann. Ich bin auch nur ein normaler Mensch hier. Ich bin nichts Besonderes. Ja, moin. Aber das ist die R... Du bist YouTuber. Eben, das ist es. Oh, jetzt sind wir... Schau jetzt mal mit einem YouTuber und ein Video von einem YouTuber. Oh, nee. Oh, nee. Ehre, Ehre, Ehre. Mein Bruder wird sich schon fragen, warum schreit ich so. Oh, nee, ich mach die überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Die sind ehrenlos gegen No Skins. Weg hier, weg hier. Aber ich mach eins. Hier kommt ein Boot irgendwo von Nordwest. Ich höre ein Boot. Warte, ich nehme mal vielleicht die Biggys mit. Guck mal, wer möchte welche Waffe haben? Ich nehme einen Rocket Launcher mit auf Ehre. Ja, ich brauche auch mal einen Rocket Launcher. Ich muss jemanden killen mit einem Rocket Launcher. Ehre, Ehre. Oh, du, Sniper. Da. Wo, wo, ah, da. Oha, das ist nur einer. Komm, let's go, No Skinami. Da. Das sind zwei. Einer ist tot und easy. Let's go. Ja. Hier, Flopper, Flopper. Ich hab Minis. Ach, und die Snipen. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Wo, 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 wo. Oh, nein. Oh, warte. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Nein, 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 nein. Oh, helft dir, helft dir. Ich hiel dich, ich hiel dich. Achso, okay. Ehre. Oh, wir werden fast gesniped. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh man, bei mir lenz. Oh, nein, 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 nein. Der hat direkt auf mich gezielt. Ihr müsst, ihr müsst, äh. Ah. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht für nicht, oh nein. Nicht für nicht. Nimm dein Biggi, ne, Biggi. Hielt euch, hielt euch, hielt euch. Erfinde ich nicht, oh nein. Wo seid ihr, wo seid ihr? Achso, die sind hier bei uns. Ja, ist hier. Ja, ja, Achtung. Oh, meine Karte. Hier. Schein. Hab Schaden gegeben. Hab einen. Hab auch einen, äh, gehitzert. Nein. Och ne, warum leckt's bei mir, Leute? Tut mir leid. Ist egal, ist egal, ist egal. Komm, geh hol dir die Leben. Achso, ihr seid alle tot, nein. Mich könntest du noch schnell healen. Ich bin noch am Leben. Ja, bitte, schnell. Achso, da kommt, da kommt. Oh mein. Da, Gegner, kommt. Nein. Nein. Das war jetzt gerade die richtige No-Skin-Blamasche. Okay, ich edde euch mal und dann sehen wir uns in der Lobby wieder, okay? Oh mein Gott. Okay, bis gleich, bis gleich. Okay. Bis gleich. Okay, Gott. Oh mein Gott. Hallo, seid ihr alle da? Ja, ich bin da. Kann ich's bitte in, oh mein Gott, kann ich's in den Staud stellen, da ich mit dir in der Lobby bin? Ja, klar, easy. Ja, klar, easy. Und ich hab noch eine kleine Überraschung für euch. Oh mein Gott. Schenken, aber wir müssen erst zwei Tage befreundet sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Selbstfreund, dann werde ich euch ein Skin, äh, schenken, ihr schreibt mir dann einfach oder so. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, dir einen schönen Geburtstag, Einhorn. Und. Danke. Man sieht sich, oder? Haut rein. Okay. Tschüss. Tschau. Tschüss. Oh mein Gott. Das war doch richtig süß. Ich hab die beste Community auf YouTube. Alter, Leute, haut rein.